3 mit dem ja es geht also es leckt aber nicht so kann sagen deswegen kriegst du auch da es geht es leckt eigentlich nicht oder bisschen ja leicht aber nicht so krass wie vorhin ist keiner hier drei leute getötet wird mir jetzt gerade dass da keiner ist da findet er einfach keine leute da stehen leck mich damit weggeballer die minute haben mich von hinten erschossen gerade über chris an jungen der serie gerade das was los mit was habe ich du schließt achte darauf gar nicht ich sehe und schieße das ist doch richtig lass mich davon gerade gar nicht ablenken ich bin zu spät das hat es euch gesagt man lauf doch mal durch die tour du komische treten schon steve ja wann kriegt man die eigentlich nicht 14 15 16 17 keine ahnung auf jeden fall so 16 17 rum zusammen das war die 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 Oha, da kam einer von hinten ey, was ein Pisser Mein Gott ey Ich hab Fuß freigeschaltet, läuft Oha, kaputt ist wieder einer, ich tue immer einen mit dem Bogen und dann ist es vorbei, dann sterbe ich entweder, oder zwei halten, aber sonst Ja, ein bisschen lecker, dass ich dachte Ernsthaft, der andere stirbt nicht Hier halt nicht drauf Nö, heut nicht Leck, ja, ist wieder ein Leck da Ach klar Ernsthaft Mein Gott, wieso fängt das wieder an zu lecken, Chris, was machst du? Chris, lädst du schon wieder Pornos hoch? Chris, lädst du Pornos hoch? Ja, ja, meine Privatpornoseife Achso, okay Sag mal, mit seiner Leitung könnt ihr das nebenbei auch noch machen und drei andere Sachen machen Drei andere Sachen streamen noch Oh, hätt mich runtergefallen, really? Wenn man meine Telekom soviel Geld lässt Was? Die Verbindung ist an dem Pflicht Ja, mein Gott Ich kann mich nicht beschweren Als ob Ja, gut, wenn man kabel Deutschland und ich glaube Unity Media geht's auch mittlerweile Ah, von hinten wurde ich genutzt Ah, von hinten wurde ich genutzt Hat sich gerecht Nice Level 6 Den Schalldämpfer Ernsthaft Der war schon tot Langweilig Gerecht Fuck, 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 fuck Du hast fuck vergessen Okay, fuck War irgendwie voll nicht mehr motiviert So, äh, äh, äh Bin voll konzentriert gerade die ganze Zeit Er hat sich gerade so unmotiviert angehört Positiv gerade Das erinnert mich, sehr hart Ich bin auch positiv Wir auch Sind alle positiv, aber ich glaube, das liegt ein bisschen am Lecken Äh, das ist... Ja, das ist... das Lecken ist gerade hart, nervig Man muss sich voll konzentrieren gerade Damit du alles triffst Ja, früher, ich schieß die ganze Zeit auf den Typen Ich treff die ganze Zeit in den Kopf Aber keine Anzeige, dass er Schaden kriegt Ja, bei mir auch irgendwie... Ah! Hä? Wo bin ich jetzt runtergefallen? Du bist daneben gefallen? Ja, ich hab was gesehen, ich war hinter dir Ich guck so, hä? Wollt ihr nicht die Plattform treffen? Halt auf der Kante drauf? Ja, aber du hast dich nicht festgehalten anschein' HÄH?! HÄH?! Vorsicht von der Seite! Hä? Doch nicht Fuck 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 Komm schon, was der, was der, was der Ist der tot? Ja Sozusagen Wir haben ihn jetzt schon erledigt, mach dir keine Sorgen Gott sei Dank, ich habe einen Bogen gerade, ich will ihn nicht verlieren so schnell. Ok, der ist eh gleich wieder weg, so scheiße. Ich will einen töten, los! Na, hab ich! Oh scheiße! Ah komm, ich bin getroffen! Mit dem Scheiß da, boah, 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 f***dich! Wilder Pisser ey. Was war das, dieses komische Streuminen oder was? Was, Streuminen? Der Einer grad Streumingen, der wirkt, beim Laufen schießt er die ganze Zeit mir. Das ist die Kriegsmaschine. Das ist die Kriegsmaschine, das ist der Granatwerfer. Ja, was ist das für komische Dinge ey. Ist das nicht? Nö. Sieg, boah, Peller, den Letzabschuss! Peller, den Letzabschuss! Und was ist geschummelt? Ich kann mal um die Ecke dann, oh, guck mal, da ist noch zwei drin. Da guck mal, da guck mal, da guck mal das Eugen. Ja. Hey, wo schießt du hin, Junge? Das Ding verzieht, der braucht einen Griff. Ich bin dritter, wuhu! Du bist das erste? Ihr habt was im Gesicht. Das kann nix sein. Wir haben was im Gesicht. Hauptsache, lass es ansprechen, weißt du? Ich hab was im Gesicht. Alles klar, reingehauen, abonnieren, liken, kommentieren. Haut rein. Nein, niemals. Doch. Knauze. Ab in die Ecke mit dir jetzt. Bis zum nächsten Mal.